Was geht Welt? Hier ist Snoopy. Gestern hatten wir ja diesen Pokémon Nintendo Direct und darin ging es um Pokémon. Das nächste Pokémon-Spiel für Nintendo Switch, nämlich Pokémon Schwert und Schild. Ich hatte mir auch noch ein bisschen gehofft, wir würden Informationen kriegen über diese komischen neuen anderen Sachen, die angekündigt worden sind vor kurzem. Wie so Pokémon Sleep und Pokémon Home. Wobei Pokémon Sleep das seltsamste ist, von dem ich bisher gehört habe. Für Pokémon Standards ist das schon ganz krass. So. Aber zurück zu Pokémon Schwert und Schild. Als ich den Direct gesehen habe gestern, da kam ich mir echt so vor, als hätte ich, als wäre das ganze Pokémon Let's Go einfach nur eine große Demo-Version von Schwert und Schild gewesen. Klar, macht auch Sinn. Sind beides fast parallel zueinander erstellte Spiele für Nintendo Switch. Und wie ich in meinem anderen Video von Pokémon Let's Go vor über einem halben Jahr gesagt habe, ist Pokémon Let's Go auch so ein bisschen vorsichtiges Wassertreten gewesen, wo Nintendo und die Pokémon Company sich ein bisschen ausprobiert haben, was auch nötig war zu dem Zeitpunkt. Aber natürlich sind nicht alle Features aus Let's Go auch in Schwert und Schild. Und Schwert und Schild hat 1499 Features, die es in Let's Go natürlich nicht gab. Zum Beispiel diese Big-Ass-Poké-Bälle, die da geschmissen worden sind. Am Anfang war ich sehr verwirrt. Was soll das sein? Eine neue Spielmechanik. Die sprechen wir gleich nochmal an. Weil die neuen Pokémon sind endlich mal wieder vielversprechend. Ich bin seit Jahren immer wieder enttäuscht gewesen von den neuen Pokémon. Die sind super seltsame Konzepte. Und nachdem ich die ersten drei Starter-Pokémon gesehen habe von Schwert und Schild, war ich auch nicht so begeistert. Das war okay, es sind immerhin Tiere. Eigentlich sind es nicht mehr einfach so seltsame Gegenstände mit Gesicht, so wie Eis oder Mülltüten. Ich hätte schon fast Cola-Dosen erwartet. Aber zuerst mal Cotini zum Beispiel. Da habe ich eine schöne Farbmuster bekommen, also eine schöne Farbkombination, die es bekommen hat. Und das Konzept ist auch voll interessant. Das muss ich jetzt nicht wiederholen, das war im Pokémon Direct. Und auch vorgestellt wurde Karma im. Gefällt mir auch. Sieht halt auch endlich mal wieder aus wie ein tierhaftes Pokémon. Also Pokémon sind in der Pokémon-Welt ja das, was die Tiere für uns in der Welt sind. Gewissermaßen. Flora und Fauna. Und diesen Karmaim kann ich zum Beispiel auch endlich mal wieder abkaufen, dass es ein Tierersatz sein soll. Und nicht einfach nur irgendein Vieh mit Stein als Rüstung oder so. Bei Karma habe ich mir ein paar Fragen gestellt. Wie funktioniert das in dem Spiel mit dem Fliegen? Muss man Karmaim fangen und dann kann man das Fliegen benutzen, wie wir es kämen? Oder ist es halt nur so ein Beispiel für ein Flug-Pokémon, das fliegen kann? Weil das wäre dann halt ziemlich lame. Das hatten wir ja bisher auch immer. Da hätte ich mir noch ein bisschen Informationen drüber gewünscht. Aber das kommt dann mit Sicherheit noch in den nächsten Monaten. Aber diese beiden legendären Pokémon, äh, wie hießen die? Äh, keine Ahnung. Die waren wieder etwas enttäuschend. Das ist halt einfach, die sind mal wieder Kreativität pur. Weißt du, einfach so ein Wolf mit einem Schwert im Maul und ein Wolf mit einem Schild designen. So, okay, super. Wir müssen jetzt irgendwie aber auch Schwert und Schild in unser Spiel reinkriegen. Ja, mach ein Wolf vor. Ja, cool. Aber, äh, wir haben, ey, wir haben eine freie Kamera. Mit einer frei bewegbaren Kamera sind wir endlich mal im Jahr 2019 angekommen. Wir hatten halt bisher immer an Mainline-Pokémon-Spielen halt immer nur eine fixe Kamera. Oder eine Kamera, die sich mitbewegt hat und mal kurz geschwenkt hat oder so. Aber, ähm, eine frei bewegbare Kamera ist eigentlich auch endlich mal nötig. Weil diese Naturzone, die geht auch so, es ist halt so mehr Richtung Open World. Sind jetzt die Routen abgelöst durch die Naturzone und man rennt halt wie bei Zelda halt so quer über die Zone und, äh, und kommt dann halt zur nächsten Stadt. Also, ich will's sehen. Ich will's wissen. Aber was halt richtig cool ist, ist, das scheint halt so eine MMO-Area zu sein. Wenn du da halt rumrennst, dann findest du andere Spieler. Und zu viert könnt ihr euch auf Bosskämpfen stellen. Also, wie bei Raidkämpfen aus Pokémon Go. Das finde ich echt sehr schön. Also, ich, das hätte ich auch in Pokémon Let's Go sehr schön gefunden. Finde ich auch in jedem, fände ich auch in jedem anderen Pokémon cool. Aber es ist schön, dass es endlich Einzug erhalten hat. Und, äh, wo wir da gerade beim Pokémon Go sind, das hat mir ein bisschen gefehlt. So ein bisschen die Anbindung zu Pokémon Go. Mit Let's Go war da halt so ein superschöner Start, dass es halt so nah miteinander koexistiert. Let's Go und Go. Und ich hatte gehofft, so sehr gehofft, dass das mein Switch irgendwie eine Vorsetzung findet. Scheint aber leider nicht so zu sein. Na gut, muss man mitleben. Auch vorgestellt wurde diese komische Dynamaxierung. Das ist so eine seltsame Neuerung, die sich auch irgendwie nicht so wirklich mit den anderen Regionen versteht. Warum sollte es nie irgendwo in Ikanto, Joto oder sonst irgendwo diese Dynamaxierung gegeben haben und jetzt plötzlich einfach so Oh, wir haben 2019. Guck mal, was entdeckt wurde. Dynamaxierung. Und vor allem ist es die einfallsloseste. Eißt du? Äh, was machen wir denn jetzt als super geiles Feature? Nachdem wir schon Mega-Entwicklungen und Z-Attacken hatten, äh, machen wir sie einfach groß. Ganz groß. Ja. Chapeau, Leute. Ganz toll. Also es könnte halt sein, dass es vielleicht so ein Callback ist zu diesen, wie heißen die Wächter-Pokémon oder so, aus Pokémon Sonne und Mond. Wäre möglich, denn wäre zumindest aus der Lore-Perspektive so eine Verbindung da, aber ansonsten einfach super strange. Aber so ganz plötzlich auch nix. Ach guck mal, übrigens können Pokémon riesig werden. Und übrigens hat jemand vorausgesagt, dass genau dieses Feature, diese Dynamaxierung, eine Spielmechanik sein wird. Und das kam in dieser Vorhersage auch in Kombination mit einer anderen, ähm, Spielmechanik als Information und weiter noch weitere Informationen in dem Leak. Äh, das dreht dich jetzt nicht alles breit, denn wenn du ein bisschen so bist wie ich, dann würdest du die Neuerungen lieber aus offizieller Quelle oder aber am besten direkt aus dem Spiel selber erfahren, als durch so ein, Psst, ey, willst du Info? Ich darf eigentlich nicht darüber reden, aber, hm, guck mal hier, Leaks. Aber, für die, die es trotzdem so wollen, habe ich den Link zu dem Beitrag in die Kommentarbox gepackt. Also, du weißt schon, na, in der Nähe vom Abo-Button, direkt über der Kommentarsektion. Hey, ich sag's ja nur. So, dann wurden uns auch noch unter anderem Delion und sein Bruder Hopp vorgestellt. Delion, ich habe keine Ahnung, äh, was sein, wie seine größere Rolle aussehen wird. Der scheint ein wichtiger Homeboy zu sein, aber, äh, für genaueres halten sie sich natürlich im Schweigen. Aber, wenn man mal genau aufpasst, in den Szenen, in denen Delion vorgestellt wird, macht er so Mundbewegungen. Das hatten wir halt schon ein paar Mal bei, äh, Pokémon, aber, ich weiß nicht, das sind halt so, das unterscheidet sich ein bisschen von dem, was wir bisher hatten. Meistens hatten wir in, 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 so Sequenzen, ähm, Momente, in denen Figuren, weiß ich nicht, eine Pose machen und dann halt drehen. Aber das sieht bei Delion ein bisschen anders aus. Es sieht so aus, als wäre das in einer Cutscene. Und da frage ich mich, ob es halt in einer Cutscene wird und dann kriegen wir halt einfach nur Text ins Gesicht geknallt. Aber das sieht in diesem Screenshot jetzt auch nicht so aus, ne? Kann natürlich einerseits sein, dass sie einfach Text rausgeschnitten haben. Aber es könnte, und das fände ich cool, auch darauf hindeuten, dass wir eine Sprachausgabe bekommen. Das fände ich ja mal super. Ich kann es mir schwer vorstellen, ein bisschen, weil es halt nun wirklich noch nie da gewesen ist im Pokémon, äh, Hauptspielen. Aber das wäre super. Ich würde mich da so drüber freuen. Vor allem, da würden wir vielleicht, da spinne ich nochmal weiter, da würden wir vielleicht sogar, äh, noch die deutschen Synchronstimmen aus den Pokémon-Animes ins Spiel bekommen. Möglicherweise. Ich verspreche nix, aber das wäre so cool. Aber ich glaube, ich spinne ein bisschen zu weit. So weit wird es wahrscheinlich nicht kommen. Aber falls doch, du hast es hier zuerst gehört und unser Rivale mit diesem kreativen Namen Pop, den wir auch nicht mehr benennen dürfen. Das ist voll blöd. Wir dürfen seit Ewigkeiten unsere Rivalen nicht mehr benennen. Mann, oh. Ähm, der ist mir schon wieder zu freundlich. So, ich, ich hatte gehofft, dass es nur in Let's Go so ist. was heißt nur in Let's Go? Das heißt, seit ein paar Jahren haben wir Rivalen, die viel zu nett sind. Aber, warum können wir nicht mal einfach mal wieder so ein richtig schönes als Gegner kriegen? Als Rivalen? Weißt du, einer, der immer große Klappe reißt und ordentlich ins Gesicht bekommt und dann sagt, äh, man, du bist so gut, ey. Aber nein, es muss immer so, hey, hey, alles cool, mein Freund. Hey, lass uns unsere Stärke testen. Hey, cool, irgendwann werde ich schon stärker als du. Naja. Was mich aber auch sehr begeistert hat, waren die Arenen. Die sind nämlich echt hübsch und haben endlich richtiges Arena-Feeling. Das wurde in Pokémon Let's Go ja schon ein bisschen angedeutet, ne? Da wirken Arenen ein bisschen mehr wie Arenen mit Zuschauertribünen und so was, aber die waren halt irgendwie immer umbesucht. Aber Pokémon Arena-Camp, wir sind im Pokémon-Universum doch immer so voll dieses, voll dieses Event. Und, äh, das scheint hier jetzt endlich aufgegriffen zu werden, weil zumindest scheint es in diesen Direct, äh, Footage, was wir da bekommen haben. So als, als würde das Publikum richtig mitfiebern und man würde während der Kämpfe zwischendurch immer mal so so einen Kameraschwenk ins Publikum bekommen. Das wäre ja cool. Und noch besser wäre es, wenn es eine Spielmechanik würde. Weißt du? Ähm, so eine Kombination aus dem Arena-Kampf, den du mit dem Arena-Leiter machst und diesen, und diesen Schönheitswettbewerben, die wir aus anderen Pokémon-Teilen kennen, wo, äh, Attacken besonders cool oder hübsch oder, äh, was gab's da noch? Schnell oder so? Sinn oder so? Und damit steigert man dann noch dieses Publikums, äh, Anfeuerungsmeter. Wie cool wäre das denn? Aber auch hier bin ich wahrscheinlich ein zu großer Träumer. Aber, falls doch, ne? Hier, zuerst. Wait, was? Was? Warte, was? Was ist das denn? Ja, äh, was ist das? Da, gut, wir haben natürlich auch noch erfahren, wann es rauskommt, und zwar am 15. November und ganz ehrlich, ich glaube, das überrascht keinen Menschen. Ähm, Pokémon-Hauptspiele kommen irgendwie so, immer so rein, dass man sich gerade zu Weihnachten holen kann, ne? Macht auch Sinn, Wirtschaft und so. Also, sind wir gespannt, wie es in, eins, zwei, drei, vier, fünf Monaten so wird. Alles klar, das war das, ich wollte nur auf diesen Bandwagon springen und das machen, was alle machen und sagen, hey, guck mal, ich hab Pokémon Direct gesehen. Okay, wenn du auch den Pokémon Direct gesehen hast, dann würde mich voll interessieren, was deine Meinung zu all den Dingen waren, die du da gesehen hast und vor allem, was deine Gedanken waren, als du sie gesehen hast. Also, sag mir, sag mir, was dir durch den Kopf ging. Da unten in der Kommentarbox, du weißt schon, unter dem Link zu dem, zu dem Leak. Okay, lange Rede, kurzer Sinn, wie soll ich sagen, bis dahin.